Hauptkommissar, Moment, ich möchte Ihnen etwas zeigen. Hier. Das ist eine Mauer. Ja, schönes Foto. Schöne Mauer. Und sehr gut gemauert, würde ich sagen. Das da, erkennen Sie es? Ja, da ist was. Das könnte ein kleiner Penis sein. Nein, nein, ist ein C, haben wir analysiert. Wenn Sie es wissen, was fragen Sie mich denn noch? Zeitverschwendung. Das ist doch klar. Nein, das ist in keiner Weise klar. Das ist ein Foto von einer Mauer, davor liegt ein C, der wie ein kleiner Penis aussieht. Ich habe keine Ahnung, was das soll und Sie nerven mich damit.